Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu Solamento TV, euer Magazin rund ums Thema Reisen. Ja, ihr wisst, ich habe schon mal einen Film gemacht. Es ist jetzt hier morgens Viertel nach zehn im Aldiana Club Zypern und wie ihr seht, jede Menge liegen frei, da liegen kaum Menschen drauf, auch wenige, die reservieren. Hier hinten einer meiner Lieblingsbereiche, nämlich der Beach Club. Der ist meine Empfehlung für euch. Ja, eigentlich den ganzen Tag über, aber insbesondere so ab 16 Uhr ist es da besonders chillig, denn da gibt es ein paar schöne Drinks, coole Musik, man kann sich da in die Lounge-Möbel reinschlummern und lummern, wie man möchte. Ja, und mittags immer ein cooler Snack und für die ganzen Langschläfer im Übrigen ist da Late-Frühstück. Das heißt, da könnt ihr getrost lange ausschlafen und dann noch hier einen kleinen Snack zu erwischen. Ja gut, aber wie sie in so einem Club ist, gerade hier im Club Aldiana, verhungern und verdursten, tut man hier nicht. Ja, und dann belohnt dieser Blick hier nach draußen die Sonne. Das Meer, tja, so macht Urlaub Spaß. Viele Grüße, bis bald. Ciao.